Wetzalcoatl, der ein ganzes Dorf tötet, Morgan, der versucht mich umzubringen, jetzt kapier ich's, nichts davon ist Wirklichkeit. Auf diesem Grabstein steht Travis V. Nette, verdammte Katze. Hier steht Jetta Driscoll. Ein Aztekensch... Diese Kürbisse sehen aus, als ob sie leuchten. Warum nur? Ring around the Rosie, pocket full of Rosie... Mein Gott, das müssen irgendwelche Illusionen gewesen sein. So wie alles andere auch. Ein menschlicher Schädel. Eine steinerne Kruft. Die kam aus dem Boden. Ein Geruch. Deckel aus Zement. Sieht schwer aus. Der Kopf der Engelsstatue. Ein Anf... Das muss eine Art Kräftemesser sein. Einfach zuschlagen und die Glocke läuten lassen. Jetzt hab ich's. Warum leuchten die Zähne in verschiedenen Formen? Meine Hände werde ich nicht ins Feuer halten. Ein Anf... Die Clownsnase ist rausgekommen. An der Stelle ist jetzt ein kleines Loch. Ein Arztekenschuss. Hinter der abgebrochenen Nase ist ein kleines Loch. Der linke Flügel der Engelsstatue. Hinter der abgebrochenen Nase ist ein kleines Loch. An der Stelle ist ein kleines Loch. Beim Penal spur colocar... ...near bei der ...nase ist ein kleines Loch. Diese Bodenplatten sehen beweglich aus. Ihr Geschrei kann Trommelfälle zerreißen. Ein Teil der Engelsstatue war in den Kristall eingeschlossen. Der rechte Flügel der Engelsstatue... ...eine Wabe sieht aus, als ob etwas drin ist. Ein Insekten... Komisches Gerät. Es hat vier Kontrollregeln. Der Unterbrecher funktioniert. Jetzt kann ich ans Gitter. Ein Gitter am Boden. Und darunter ist ein Tunnel. Der Kopf... Das... Der Körper der Engelsstatue. Ein Körper. Der Kopf. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Der linker Kopf. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Besser, aber noch nicht ganz komplett. Die Statue ist wieder zusammengesetzt und ein Portal hat sich geöffnet. Die echte Welt muss ganz nah sein. Ich kann es fühlen. Ich muss mich beeilen. Ich kann es nicht crossing-auf. Ich kann es nicht astyards ganz eigen. Aber ich kann es beim Auf verstehen. Besser, boit Network. Besser, wenn Sie sehen. Besser ist vorhin kommen. Sie haben es weit gebracht, Max. Aber ich fürchte, sie sind nun am Ende. Diese hier brauchen sie sowieso nicht mehr. Sie ließen die Kinder dieser Welt im Stich, so wie ihre Schwester, als sie sie am meisten brauchte. Sie haben nicht genug Mut, sie zu retten. Und auch nicht die Kraft dazu. Sie haben alle enttäuscht. Es ist so, wie ich es immer sagte, Max. Sie stehen sich immer selbst im Wege. Ich muss einfach hier durchkommen, dahinter liegt die echte Welt. Sie stehen sich immer selbst im Wege. Aber dieses Ding lässt mich nicht vorbei. Was soll ich nun machen? Suche die Wahrheit. Sie stehen sich immer selbst im Wege. Bald wird das Gift eine Wege der reichen, Max. Und dann ist alles vorbei. Du bist wirklich ein großer Krieger. Alle haben Teufel. Du hast die Kraft. Du bist mein Held. Ich lebe das Gift eine Wege der reichen, Max. Und dann ist alles vorbei. Du bist mein Held. Ich lebe das Gift eine Wege der reichen, Max. Und dann ist alles vorbei. Ich lebe das Gift eine Wege der reichen, Max. Und dann ist alles vorbei. Ich lebe das Gift eine Wege der reichen, Max. Und dann ist alles vorbei. Sie stehen sich immer selbst im Wege. Schluss mit den Spielereien, Max. Sie sind jetzt am Ende. Das Gift in ihren Adern wird sie bald ins ewige Nichts verdammen. Verloren für diese Welt. Verloren für ihre Frau. Und verloren für ihr ungeborenes Kind. Nein! Nein! Es ist vorbei. Ich bin wieder da. Es ist vorbei. Der Präsident des Pharmazeutikunternehmens Mercy, Dr. Jakob Morgan, ist zurückgetreten. Dies überrascht umso mehr, nachdem die Firma erst vor einigen Monaten ein Gegenmittel gegen den DNAV-Virus entdeckt hatte. Dr. Morgans Nachfolger, der Entdecker des Gegenmittels, Max Lawton, wollte sich zu den Geschehnissen nicht äußern. Das ist ein Test des Subjekts ... Threshold. Barefeet Slippers? Du musst sie auf den Rides gehen, natürlich. Du musst sie passen durch die Bowels des Monsteren? Das ist eine wunderschöne Mess. Was? Ich wünsche ich, Mann. Was? 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 Schmeich mitter explic Texturen? I'm out! Greed. Fah. Pride. Fah. Evil. My name is... My name is... Not meat. His arms were red with blood and he was swinging around the head as he was talking. Ah, now there be a melody. Any good sailor would dance a jink to. Enough games. Enough games. Enough games. Yield before Olmec. We have a winner. Amen to that. Oh, don't cry. The music's not so bad. That evil machine will be silent for a while. This is a test of the subject's threshold. Bare feet slippers? You need them to go on the rides, of course. Must I pass through the bowels of the monster? This is a confusing mess. What? I wish I knew, man. Why? That stuff is for the birds. What? Who are you? Why? Are your memory pathways in need of service? Why? The dawn of the insectoids. Um. Hope you can pig boogers on this game. That's a rude thing to say. Hey, who are you? Ah! Slimy Squid Boy broke loose. Wish I could. Where is that awful music coming from? I like this music. It's got a great beat. Oh, it's making me see sick! Do my ears deceit me. What? What am I doing here? Who am I? Out! I'm out! Greed. Baw. Pride. Baw. Evil. My name is Meat. My name is Meat. Not Meat. His arms were red with blood and he was swinging around the head as he was talking. Ah, now there be a melody. Any good sailor would dance a jig to. Enough games. Enough games. Enough games. Yield before Olmec. We have a winner. Amen to the- Oh, don't you cry. The music's not so bad. That evil machine will be silent for a while. This is a test of the subject's threshold. Bare feet slippers? You need them to go on the rides, of course. Must I pass through the bowels of the mo- Must I pass through the bowels of the mo- The трまten mask just went the way down the pan. You could be happy to주� prime turns or move more and McCoy. The train was reportedly. To see if you try to populise the Taiwan권 included. To see if the train is polyisce psaume and the ladies have tvåities. To see if you're trying to go on the road. Untertitelung des ZDF, 2020